Hallihallo und herzlich willkommen zu die Sims 4 landausleben wie ihr seht hat es geklappt noch mit Kuro dem Kater in der letzten folge haben wir die hochzeit von Raoul und Cleo gefeiert und ich musste Raoul über den MCC dann ins in den Haushalt holen und sein Kater eben auch und ja das hat Clara geschafft die ist nämlich einfach zu ihm gereist und da war der Kater noch ganz alleine und jetzt haben wir also auch eine Katze und da ja das neue Pack draußen ist habe ich auch vor ein Pferd zu holen ich weiß das ist echt wieder ein bisschen viel aber ich muss es haben unbedingt aber bevor ich jetzt weiter spiele werde ich erstmal die ganze Weihnachtsdeko entfernen so die Weihnachtsdeko ist jetzt entfernt und während ich das gerade gemacht habe habe ich so überlegt ob wir vielleicht doch noch ein bisschen warten mit dem Pferd einfach deswegen weil wer von den Sims soll denn reiten okay wir könnten sagen Raoul vielleicht Kuro ist ein Herumtreiber er ist am liebsten draußen um kleinere Geschöpfe zu jagen oh je was ist jetzt Mathilda helfen Essen zu probieren ähm gut dann wir haben es 1 uhr 23 nachts aber gut Mathilda hat scheinbar Hunger wo bist denn Mathilde ja naja ich überlegs mir noch mit dem Pferd ich habe es ja so schon angespielt hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht ich weiß dass die Meinungen darüber sehr auseinander gehen aber ich persönlich finde es geil ich habe ewig schon darauf gewartet dass Pferde kommen und war jedes mal enttäuscht wenn ein Pack rauskam wo es gepasst hätte und die keine Pferde aber hinzugefügt haben und deswegen keine Ahnung ich freue mich einfach ich finde die Interaktion zwischen Pferd und Sims total süß und ja ich finde es einfach mega cool aber ja ob wir das jetzt hier gleich machen werde oder erst ein bisschen später hat sie gerade einen dicken Bauch habt ihr gerade das Bäuchlein von Mathilda gesehen das ist ja Wahnsinn und ich finde es toll dass Clara sich jetzt doch so gut um sie kümmern also ich glaube dass Mathilda ihr aufgetragen hat also oder dass sie ihr irgendwie gesagt hat sie hat Hunger weil ich habe das nicht ich habe das nicht angeleiert Mathilda hat ist sich nicht sicher was Joghurt angeht okay und Kuro ist neugierig also weil jetzt haben wir ja schon eine Katze und ich muss einfach ich weiß nicht ob jetzt sofort das Pferd das Richtige wäre obwohl ich halt echt Bock drauf habe also mal schauen Marotte wählerisch beim Essen ach Mathildi was ist denn da los schauen wir mal Mathilda schicke ich jetzt ins Bett und dann schicke ich auch Clara ins Bett und dann sehen wir uns einfach morgen wieder bis gleich stimmt ja Leute in der letzten Folge habe ich ja schon ich weiß nicht ob das in der Folge war oder kurz danach aber auf jeden Fall wurde mir ja schon gesagt dass Cookie in den Wehen ist und jetzt haben wir einen Welpen geboren oder sie und zwar ein Rüden und wir sind im T-Wurf krass dass wir bald das Alphabet mal durch haben ja ich glaube Tammy fände ich ganz niedlich und wir bekommen noch ein Weibchen wie cool also irgendwie fand ich die Namen alle nicht ganz so cool aber ich nehme mal Tapsi hört sich ja ganz niedlich an Tapsi Weißhaupt ich bleibe bei Weißhaupt obwohl jetzt Cleo Chopra heißt und ich würde das auch so belassen weil ja ich finde es okay wenn sie den Namen von Raoul übernimmt trotzdem ist ja noch Clara eine Weißhaupt und wir werden ja auch mit Clara weiterspielen das heißt den Namen werden wir dann also auch in der Zukunft behalten oh süß sie haben wir Tammy ist das niedlich die sind also die sehen ups die sehen also der Mama sehr sehr ähnlich warte mal ja Wahnsinn diese diese Maske sozusagen die hat Tammy echt ganz deutlich und ach und sie auch doch krass sieht man echt sehr sehr gut dass Cookie die Mama ist und Cookie hat ihre Gene weitergegeben an die beiden das finde ich richtig toll da werde ich auf jeden Fall mit einem der beiden Welpen hier weiter züchten jetzt ist unser Haushalt auf jeden Fall knackevoll und ja ich glaube wir müssen eher dann noch ein bisschen warten mit dem Pferd bis hier sich mal irgendwas lichtet oder bis wir dann die Welpen oder einen Welpen weggegeben haben weil ja sonst ist das einfach viel zu viel oh Cleo ist nach Hause gekommen mit Raoul aber Cleo ist total müde na gut die haben sich wohl entschieden dann doch noch zu Hause zu schlafen vielleicht weiß ich auch nicht hat sie ihre Tochter vermisst oder so ja oh wir haben einen aggressiven Hund das ist der erste aggressive Hund den wir haben er kommt jetzt nicht ins Bett ich glaube ich muss ihn zuerst schlafen schicken und den schicke ich mal hier hoch krass also Tammy ist ein aggressiver Hund er ist anderen eher feindlich gesinnt dann müssen wir Tammy auf jeden Fall gut erziehen ist das süß ist das süß wieder Welpen hier zu haben oh mein Gott Clara muss heute zur Schule ich will auch noch mal ganz kurz einen Blick in den Kalender werfen morgen haben wir Lotto Donnerstag haben wir Ostern und am Samstag hat sie Geburtstag und wird zur jungen Erwachsenen ja Wahnsinn ey Wahnsinn ich meine man könnte ja auch mit ihr ausziehen und könnte sich ja dann ein Pferd holen muss ich mir mal überlegen wie es weiter geht das weiß ich noch nicht weil ich will ja eigentlich auch noch ein bisschen ähm Mathilda miterleben und ja aber irgendwann mir fällt es halt immer schwer meine Sims gehen zu lassen das ist echt schlimm also sie halt nicht mehr zu spielen das ist irgendwie schwierig aber eigentlich hatte ich gesagt wir spielen mit Clara weiter und das würde ja auch bedeuten dass Clara hier dann mal den Hof verlässt und wegzieht und Cleo eben ihren Hof hier weiter betreibt ähm ja und eigentlich hatte ich ja gesagt Clara zieht nach Salvadorada aber das geht ja nicht ich weiß dass es da eine Mod gibt aber muss ja auch nicht sein ich finde es auch in Ordnung wenn sie da einfach immer Urlaub macht das ist ja auch schon super ähm genau ja da muss ich mir jetzt Gedanken über Claras Zukunft machen oder überhaupt ähm über die Zukunft dieses Let's Plays hier ob es nicht dann doch mal ein Ende findet das Landhausleben Let's Play ja ich weiß es nicht ich bin echt einfach nur total unschlüssig wie das alles weitergehen soll äh sie soll jetzt für Prüfungen lernen wo kann man das nochmal machen am Regal irgendwo für Prüfungen lernen genau das kannst du mal machen zeig dich mal von deiner besten Seite wir haben ja jetzt schon so viele Probleme in der Schule gehabt wobei sie jetzt echt gut ist Einser Oberschülerin und die Leistung ist fast auf fast bei ausgezeichnet und sie schafft es irgendwie nicht Clara was ist da los für Prüfungen lernen bitte was lernt sie hier draußen ja wenn es dir so gefällt ich meine wir könnten auch sagen Clara zieht nach äh in diese neue Stadt halt vom neuen Pack da haben wir jetzt noch keine Story dazu sie hat ja bisher war sie eher genervt von der Landhausarbeit also von der Landleben Arbeit und so aber vielleicht mit Hannah zusammen sie könnte auch mit Hannah zusammen ziehen muss ich mir mal überlegen ihr seht das ist jetzt einfach nur so ein Brainstorming was äh was ich jetzt machen kann das hat alles noch nichts zu bedeuten nur vielleicht habt ihr auch irgendwie Ideen oder so so an einem Trainingsgerät trainieren es kann nämlich sein dass wir deswegen immer so schlecht waren wo waren denn die Trainingsgeräte weil ich diese Aufgaben nicht immer erfüllt habe hier oben guck mal dann trainier hier mal du hast genug gelernt Cleo muss arbeiten gehen sie muss auch diesmal zur Arbeit gehen Raoul kann ja auf auf Mathilda aufpassen aber süß die freuen sich dass sie jetzt frisch verheiratet sind ja ja ach ich glaube ich werde jetzt einfach nichts überstürzen nur weil das neue Pack draußen ist ich glaube äh ja alles alles entspannt ich glaube ich bin einfach gerade ein bisschen gehypt noch und aufgeregt wegen dem neuen Pack aber das heißt jetzt nicht dass sie direkt in die neue City ziehen muss ich denke ich werde es dann doch lieber ach ich weiß nicht was ich tun soll ich weiß es einfach nicht es ist echt schwer ich glaube ich lasse es mal eher auf uns zukommen der Fokus liegt ja mit Clara auf dem Dschungel den wir ja auch schon angefangen haben zu erkunden und das werden wir auch weiter machen und dann werden wir mal gucken dann halt auch die Zukunft mit Hannah da muss ich nur gucken ich würde ja schon sehr gerne die Weißhaupt Gene weiter führen und da es zwei Frauen sind kann ja dann oh cool die lernt Archäologie hier in der Schule das ist ja super ja die könnten also keine Kinder kriegen also müsste ich mal gucken wie ich das mit einbaue dass sie halt trotzdem auf natürlichem Weg Kinder kriegt dass wir die Gene halt weiter führen wieso stehst du einfach auf Clara muss man nicht verstehen was sagt ihr zum neuen Pack seid ihr auch begeistert oder seid ihr enttäuscht wenn ihr es überhaupt schon gehabt ihr es überhaupt schon gekauft aber ich glaube ich bin da generell so dass meine Erwartungen nicht so krass hoch sind ich werde eigentlich selten enttäuscht wenn ich mir Sims Packs hole also gut vom vom Hochzeitspack dadurch dass da so viele Bugs drin sind da könnte man schon enttäuscht sein aber ich habe auch in der neuen Welt schon eine Höhle entdeckt also voll cool da gibt es dann auch noch was zu entdecken aber das können wir ja irgendwann mal zusammen machen ich hoffe übrigens dass meine Aufnahmen jetzt etwas flüssiger laufen da ich mein PC leicht aufgerüstet habe zumindest mit Ram und ja ich hoffe weil man ja öfter mal gesehen hat dass es sehr gehakt hat irgendwie also die Aufnahme und ich glaube das dürfte jetzt sich erledigt haben so Clara du hast gar keinen Hunger was machen wir mit dir vielleicht mal auf die Toilette gehen da ist immer noch unsere Falle drin oh Clara wünscht sich sogar im Unterricht teilzunehmen sie hatte sich ja schon mal gewünscht zu schwänzen aber der Wunsch ist irgendwie weggegangen und jetzt freut sie sich wenn sie am Unterricht teilnimmt das ist sehr vernünftig Clara finde ich super gucken wir mal ob wir mit irgendjemandem quatschen können schauen wir mal wer hier so ist kennen wir dich schon Gina what okay Janet Janett Stern aber sonst hm geh mal hier Snacks kaufen kann man ja immer gebrauchen aber sonst sind hier keine coolen Sims keine bekannten Sims oh wir haben den Karriere Tag Auditorium besuchen was ich aber sehr schade finde dass wir noch nicht zu einer Party eingeladen wurden wir konnten uns noch nicht rausschleichen kann sein dass wir unser Bestreben dann leider nicht erfüllen Auditorium besuchen klicke auf dein Sim und Wilde zum Auditorium reisen okay das werden wir machen da sind wir dann wollen wir mal einen guten Eindruck machen und sehen bei der Präsentation zu wir müssen anwesende Experten nach Karrieredetails fragen gut dann fangen wir doch mal hier bei ihm an machen wir erstmal zu und fragen ihn dann nach Details jetzt fragt sie nach den Karrieredetails hat alles ein bisschen gedauert was er hier wohl vorstellt ich kann mich erinnern damals in unserer Schule gab es sowas auch so da hat sich auch mein oh ich bin auf dem falschen Sim da hat sich tatsächlich auch mein Träger dann vorgestellt da wo ich jetzt arbeite also deswegen habe ich da überhaupt angefangen so was machen sie denn so ist ja interessant was sie anbieten ja das da können wir auch mal überlegen klingt nach Schufterei dieser Job hört sich nach einer elenden Plackerei an Clara stellt mit Erschrecken fest dass manche Leute so etwas ihr ganzes Leben lang machen müssen ja also ich frage mich was Clara denn machen wird eigentlich was sie für einen Job machen wird also sie war ja jetzt nicht so fleißig in der Schule beziehungsweise irgendwie nicht so gut ähm hat so eine kleine rebellische Farce gehabt ihr Abschluss steht auf jeden Fall glaube ich weiterhin auch auf der äh auf der Kippe ähm Karriere Tag mit Lehrer über die Zukunft reden wo ist denn deine Lehrerin? hier ja das wäre halt echt cool wenn die Lehrerin jetzt auch was sagen würde so über Zukunft reden wenn sie irgendwie noch sagen würde ja du passt vielleicht in die und die Branche oder so aber ich denke mal wenn wir jetzt nichts für Clara finden womit sie wirklich Geld verdienen kann also was ich auch mal mit Sims noch ausprobieren wollte war diese Aufsprudeln Fähigkeit beziehungsweise könnten wir jetzt auch die Nektar Herstellung Pyeongsi ist gestorben ja die Nektar Herstellung könnten wir ein bisschen erforschen ich weiß nicht ob man damit jetzt so wirklich die dicke Kohle machen kann oder überhaupt ein regelmäßiges Einkommen hat also eher nicht denke ich ähm schwierig müssen wir mal schauen aber das könnten wir auf jeden Fall als Nebenverdienst machen ja quatsch doch mal ein bisschen mit deiner Lehrerin dass du vielleicht eine etwas bessere Beziehung zu ihr bekommst der Abschlussball steht vor der Tür diesmal werden wir auf jeden Fall Hannah fragen vielleicht können wir sie ja gleich nach der Schule irgendwie fragen sag mal kümmert ihr euch auch nicht wirklich ne das sieht ja furchtbar aus hier so ich glaube ach wir haben glaube ich jetzt schon Schulschluss dann würde ich doch mal mit Hannah mich treffen mal gucken ob sie mich gleich anruft wir müssten auf jeden Fall was essen gehen und dann könnten wir sie fragen können wir so ein Schild machen Abschlussball Schild kreieren dich kennen wir nicht Clara erbringt eine hervorragende Leistung sie kann den Abschluss vorziehen wenn sie mit dem Direktor spricht ähm was bist du denn? ausgezeichnete Arbeit Clara aufgrund deiner hervorragenden Noten bist du berechtigt vorzeitig den Abschluss zu machen möchtest du? hm warum eigentlich nicht? warum eigentlich nicht? dann hat man die Highschool hinter sich und wir müssen nichts mehr für die Schule machen warum nicht? Clara hat vorzeitig den Abschluss gemacht da Clara vorzeitig den Abschluss gemacht hat kann sie sich als Teenagerin an der Uni einschreiben Diplom erhalten das offizielle Highschool Diplom von Clara wird mit der Post gebracht Clara bringt also gleich mehrere Leute wollten unbedingt dass sie ihren Abschluss machen ja Clara dann kannst du dir das eigentlich sparen mit dem Schild jetzt oder? also studieren wird Clara auf gar keinen Fall dafür war sie einfach zu schlecht in der Schule ich meine ja sie hat jetzt ihren Abschluss gemacht und ähm war jetzt am Ende auch gut aber ihr wisst ja dass sie auch fast von der Schule geflogen wäre also es der stand halt immer wieder auf der Kippe und deswegen würde ich jetzt sie nicht studieren lassen sie wird den Dschungel erforschen da kriegt sie ja auch einiges an Geld und Schätzen vielleicht bringt sie das auch irgendwie weiter vielleicht wird sie einfach erst mal keinen Job annehmen ich sie fertig wie wäre es dann wenn du dann mal dich mit deiner Freundin Hannah triffst cool hier habe ich noch ein Fitnessstudio platziert aber sie hat jetzt erstmal ich glaube sie hatte Hunger oder? wir gehen mal erst ins Café wir können ja dann immer noch ins Fitnessstudio gehen mir ist jetzt gerade eine Idee gekommen voll cool damit wir auch ein bisschen dieses Pferde Gameplay Pack erkunden können und zwar könnte die Familie ein Urlaub machen in der neuen Stadt wie auch immer die heißt Chestnut Ridge oder sowas das könnten wir machen ich weiß zwar nicht man kann ja keine Pferde leihen das ist so ein bisschen das ist ein bisschen blöd von daher macht es dann doch keinen Sinn was sollen wir da wenn wir ich meine klar man kann sich da ein bisschen umgucken sich die Stadt mal angucken aber wir könnten auf jeden Fall nicht reiten so Hannah sieht auf jeden Fall jetzt nicht begeistert aus auf jeden Fall ist es sehr gut dass wir hier sind mit Hannah weil die müssen unbedingt ihre Beziehung ein bisschen kräftigen ein bisschen vertiefen die werden jetzt mal zusammen hier reingehen es ist nämlich noch ziemlich kalt draußen und hier schneit es sogar ein bisschen und dann würde ich gerne mal gleich etwas bestellen oh je was soll ich sagen erst so weil sie so verknallt ist äh du oi Papa da ist ja ihr Papa Unabhängigkeit verlangen ja cool hi weiß gar nicht was ich sagen soll ich bin ganz aufgeregt Papa guck mal meine Freundin ne kennenlernen habe ich ja gerade guck mal Papa ja vielleicht hat sie ihren Papa auch mit her bestellt dass er mal äh Hannah auch kennenlernt oh wer ist denn hier ach das ist Maya wie cool hallo Maya Mensch ich hab ich lange nicht mehr gesehen aber wieso hast du denn so eine Uniform an ist ja krass die ist jetzt schon eine Erwachsene sehr cool ihih Hannah 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 hat gepupst so können wir uns aber hier drinnen bitte einmal etwas zu essen bestellen ich hätte gerne was zum hier essen ein Croissant vielleicht einfach hallo Katzi und die Maya ja das wäre doch eigentlich schön ach man das ist immer so schwierig ich will mit so viel Simps Freundschaft Freundschaft halten aber ja doch die Maya die ist auch so ein cooler Sim vielleicht können wir uns mal bei ihr vorstellen die hatte mir ja mal Agi erstellt cool dass sie noch lebt das finde ich echt cool so über Ängste reden willst du gleich mit einer fremden Frau du könntest sie mal einfach ein bisschen kennenlernen ach cool jetzt kann sie über Salvadorada sprechen genau sie Maya ist jetzt hier mit im Team und ja mit deinem Papa kannst du über Ängste sprechen aber das wird nicht helfen oder äh klicke auf ein Geist oder Senior ja nee ein Geist oder ein Senior haben wir jetzt nicht hier am Start egal hier stand ja irgendwas Bilder von Salvadorada zeigen das kannst du mal machen du hast ja wirklich spannende Sachen auf Salvadorada erlebt und nach Karriere fragen ja würde mich auch mal interessieren was die Maya für eine Karriere hat ach cool und dann kannst du vielleicht auch noch mit deinem Papa ein Selfie machen Cleo hat heute über 1000 Simoleons verdient Clara hat erfahren dass Maya als Regarde General bei Strangerville Nationalbasisarbeit ich wollte schon sagen das sieht mir so nach Strangerville aus oh wow dieser Sum ist einfach unwiderstehlich Clara ist total verknallt in Maya das ist nicht dein Ernst Clara verliebt sich einfach in jede x-beliebige Person das gibt es gar nicht naja das werden wir jetzt mal ignorieren weil mit Maya werden wir definitiv nichts anfangen ich wette die ist ja auch verheiratet ähm du könntest mal bisschen tratschen ich würde mal gerne irgendwas über Salvadorada erzählen ey ihr na 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 ihr flirtet jetzt bitte nicht hä wieso kannst ihr denn nicht über Salvadorada erzählen wo ist unsere Hanna Hanna hat sich was zu lesen gesucht die denkt sich auch ja quatsch du mal mit der Frau was auch immer du von ihr willst oh Hanna was ist denn eigentlich mit dir los sie sieht echt unglücklich aus wir sollten sie mal versuchen etwas aufzumuntern ein Witz über Enten erzählen genau und eigentlich wollte ich auch noch ein Selfie machen mit dem Papa von Hochzeit brauchst du jetzt erstmal nicht sprechen ähm ne du könntest mit ihr schon ein bisschen tiefgründig geschickte Entschuldigung naja mach das ich glaube die Hanna Hanna bist du eifersüchtig was hast du denn hier weil sie sich verknallt hat und komm Hanna wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen du wirst ihr gestehen verknallt zu sein ich glaube das hat sie auch noch gar nicht gemacht du ich habe mich echt in dich verknallt ok sehr gut sanft küssen geküsst haben wir uns ja glaube ich schon und oh süß sehr gut ich glaube ins Fitnessstudio ich weiß nicht ob wir bitten Freundin zu sein haben wir das noch gar nicht sie ist noch gar nicht unsere Freundin ja dann mach das mal bitte sie mal unsere Freundin zu sein yay cool so freut sie sich niedlich ach ja stimmt wir hatten das ja als äh Vorsatz stimmt ne warte mal du küsst sie jetzt einfach küssen ja hab ich ganz vergessen sie hat ihren Vorsatz erfüllt das ist ja wunderbar so jetzt stinkst du aber ein bisschen ne ich glaube du bist durch für heute reise doch mal mit den Leuten einfach nach Hause nimmst du die Hanna einfach mit da sind wir wieder Hanna ist auch am Start sehr gut dann geh doch erstmal duschen mach dich erstmal ein bisschen frisch und wir schauen mal wie es den Sims geht nämlich miserabel hat sich gar keiner gekümmert noch nicht mal um sich selbst wurde sich gekümmert ist ja furchtbar du wirst jetzt einfach gestillt bitte du lieber Raoul du kannst dich jetzt mal um alles hier kümmern das ist perfekt das kann der Raoul machen Viechstall säubern da freue ich mich jetzt dass ich Hilfe hier auf dem Hof habe oh Gott also man kann die Sims irgendwie nicht allein lassen oh die Welpen sind so süß so niedlich ihr kleinen Pupsis aber ich muss euch dann nach unten schaffen wobei kann Mathilda was mit denen machen anbrabbeln streicheln neben Tapsi schlafen oh mein Gott okay ist doch echt sehr süß was man da machen kann so so du hast geduscht und möchtest jetzt normales Football Training machen ich glaube guck mal sie isst auch schon was ich glaube du kannst ja erstmal ein bisschen was zu essen nehmen und wir gucken weiter hier auf unsere Mathildi ja auch wie süß hier Tango für zwei Cleo spürt ihr Herz klopfen nachdem sie zum ersten Mal ihre Tanzschritte gezeigt hat wir haben Eier eingesammelt oh wir haben besonderes Ei bekommen ach ne das ist nur weil er noch ganz neu bei Sims ist natürlich weil er noch nie Eier geholt hat wow so ein leeres Inventar zu sehen ist auch mal schön das kannst du verkaufen du bist nicht mehr in der Schule ich glaube du bist ja schon ein Erwachsener oder die sind doch alle schon alle schon alt hier die Sims ja oh Gott wie lange hat er denn noch 29 Tage ja Wahnsinn so was machst du jetzt mit der Mathilda absetzen warte mal ich glaube sie hat eine volle Windel also kannst du sie auch gleich noch wickeln ach ihr seid so süß und dann will ich gucken was Mathilda mit den Welpen machen kann so wie weit bist du du hast alles gereinigt und gemacht dann darfst du mal die Kuh rausrufen ihr geht es gar nicht so schlecht du kannst mal ihr einen Witz erzählen sie melken und vielleicht noch sie putzen und dann ist sie glaube ich auch echt happy oh du bist hier schon wieder fertig möchtest du über Nacht bleiben aber ich habe kein ich habe kein großes Bett Heiratsantrag oh mein Gott nein du kannst sie einladen über Nacht zu bleiben und du hast jetzt hast du sie gewickelt ich glaube nicht oder halt Tapsi ist eine aggressive Hünder und die sind beide aggressiv geworden was ist denn da los wo habt ihr denn die Gene her oh yes oh yes die flirten hier sehr gut und sprechen ein bisschen mit Emma sehr gut Hausaufgaben müssen wir nicht mehr machen das ist auch gut und du kriegst es nicht hin die Windel zu wechseln Mathilda hast du irgendein Problem braucht Hilfe und kein Spaß kein Spaß hier das ist ja furchtbar ja es tut mir leid Cleo dass du gerade so ein Problem hast und man jetzt kommt er ja gut von mir aus kannst du das auch machen du lässt es bleiben und kümmerst dich jetzt um dich wie wäre es denn damit einmal schön gründlich duschen gehen ach versüßt dass wir jetzt eine Katze haben niedlich duschen gehen dann kannst du was essen achso und ich wollte mal gucken ob er das jetzt er kriegt das auch nicht hin Mathilda du machst mich verrückt oh süß sie will jetzt was mit dem Hund machen mit Tapsi aber Tapsi ist aggressiv pass bitte auf dass sie dich nicht beißt Tapsi streicheln oh je das wird jetzt bestimmt ultra süß und oh oh süß süß niedlich kannst du jetzt trotzdem sie wickeln bitte yes ich glaube jetzt klappt es endlich mal die haben schon Freundschaft geschlossen ja doch die Tapsi entweder müssen wir Tapsi behalten oder halt mit wie ist der andere Tammy erzüchten ne Windel wechseln ja genau das sollst du machen tu es bitte wechsel die Windel von Mathilda und dann spielst du ein bisschen mit ihr vielleicht könntest du vielleicht könntest du mit ihr Bauchzeit verbringen oder stehen üben zum Beispiel das ist auch eine gute Idee ich weiß nicht ob ihr das Spaß macht aber wir probieren es einfach mal so du hast jetzt was zu essen geholt du bist einfach ins Bett gegangen okay was macht deine Freundin warte du kannst ja den Schlafsack rauslegen dass sie dann warum haben wir eine Tanzfläche erhalten ah ja hier genau da kann sie mal einen Schlafsack hier hinlegen ich hoffe da kommst du dann auch noch durch kann ich den zuweisen also na gut dann hoffe ich einfach dass Hannah den Schlafsack findet und dann darin schläft Mathilda rastet schon völlig aus ich glaube die hat keinen Bock mehr stehen zu üben ich glaube du bringst sie dann auf jeden Fall ins Bett danach stehen üben nach Cycling sehen ja ich weiß ja was sie hat stehen üben okay also das macht er noch mit Mathilda und dann gehen auch die ins Bett und ich werde die Folge auf jeden Fall jetzt mit diesem Bild beenden mit Raoul und seiner Tochter ist das nicht süß ist das nicht knuffig die beiden ja wie cool freue ich mich dass Mathilda auch endlich ihren Papa hat den Papa richtig bei sich hat und er sich um sie kümmern kann und sowieso dass er auf dem Hof helfen kann das ist jetzt echt super ja was ich zu Anfang mit Clara gesagt habe müssen wir mal schauen das war jetzt irgendwie so ein Brainstorming ich überlege einfach wie es denn so weitergeht was wir so machen können weil ich habe mir jetzt außerhalb des Let's Plays noch nichts überlegt ich habe jetzt das Spiel gestartet und dann kam mir das alles so muss ich mal gucken ich werde mir da noch Gedanken machen auf jeden Fall wäre glaube ich ein Urlaub in Chestnut Ridge oder wie das heißt wäre glaube ich ganz cool einfach schon mal um die Welt so ein bisschen zu erkunden und da so ein bisschen rein zu schauen und ja dann können wir uns ja mal überlegen oder ich überlege mir dann wie es weiter geht mit Clara und wie wir das Pferde Gameplay mit ins Spiel bringen können weil das will ich unbedingt also das muss irgendwie rein ja ich hoffe auf jeden Fall wieder dass es euch gefallen hat und wünsche euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal Ciao Ciao